Let onto the dock Tchueusen Alter Ah scheiße jetzt Hä? Dame Mensch, Mensch, Mensch Da hab ich aber fett aufs Maul... Komm Da hab ich kassiert Warum habe ich auf einmal wieder so viel Leben? Ich war doch... Hä? Okay. Egal, cool. So, die haben hier geöffnet. Was? So, Geld. Kannst du dir das mal ansehen? Genau, kümmere dich mal drum. Bitte. Drei Lockpicks. Jawohl, wieder 25. 216, nochmal Geld. Cool. Sehr schön. Sehr schön. Rockscode finden. Alles klar, hier gibt es sowieso noch viel zu tun, deswegen... Oh ja, da gibt es einiges hier noch zu tun. Deswegen, weil gucke ich mich hier um. Sehr schön. Ich muss immer noch in die andere Richtung, das heißt, das hier ist kein Alternativweg dahin oder so. Das heißt, das hier kennen wir doch. Bin dabei. Oh ja, da will ich hin. Es lohnt sich allein schon... Es lohnt sich allein schon... Nur für das hier. So, was nehmen wir diesmal? Ähm... Nochmal Gesundheit, ich nehme mal wieder Schild. Ich möchte mal wieder mehr Schild haben. Na... Ah, scheiße. Okay. Ja, das war's, ne? Also, ich muss sagen, das haben die echt geil hinbekommen hier vom Aussehen her. Auch mit der Veränderung, also, dass es jetzt hier alles quasi brennt und den Trümmern liegt und so richtig geil gemacht. Gut, da kann ich nicht rein. Da kann ich lang, da gehen wir gleich lang. Erstmal. Jawoll, guck, hat's sich schon wieder gelohnt. Noch mehr Geld. Was ist das? Achso. Ja, gut. Das wär's hier gewesen. Uh, der sieht tot aus. Was haben wir hier? Achso. Gut, spätestens da hätten wir es jetzt bekommen. Das neue, das Smid. Ja, der ist kein Problem. Ja, Moment. Ja, da wird. Zack. Ah, verdammt. Dann halt so. Alter, stirbst du mal? Verpiss dich. So. Danke. So. Meine Fresse nochmal. Ach, ist das stressig hier alles. Nochmal einen kippen. Hui. Huiuiuiui. Bitteschön. Vielen Dank. Achso. Ups. Nein. Nein. So, alles hier schön durchsuchen, ne? Man kann ja nie wissen. Geld mitnehmen. Ah, noch was zum Anziehen. Neuer Hut. Elektrische Berührung. Nehme ich mit. Aber ich bleib bei meinem geilen Feuerhut. Ne, wie heißt das noch gleich? Entflammter Heiligenschein? Ah, irgendwie so. Okay. Das wär's gewesen, soweit. Aha. Die Äpfel sind jetzt nicht so wunderschön. Es sei denn, die gehören so. Dann nehme ich natürlich alles zurück. Lecker sechskantige Äpfel, oder? So, warum nicht? Oh cool. Ja, damit meins. Alter, hier kann man sich echt leicht verlaufen, ne? Toll, das Ganze für nichts, oder was? Oh Mann, ey. Aha. Schon dabei. Ein Frachttag. Ja, dann mal hoch da. Nur die Ruhe. Alles in Ordnung hier. Da kann ich natürlich nicht durch. Aber, ja. Hab ich natürlich voll. Hopp. So. Was? Was? Finde ich schlecht. Nein. Ah. Seiner Mongo. sehr gut auch nach wie vor so da unten war ich ja schon nachher auch nicht schade doch wie ich das war ich hier schon drin hier war ich noch nicht ist nichts mehr was ist hier hinten drin pistolen money ja okay war ich hier oben schon oh mein gott wie lang soll ich sogar okay das ist quasi eine querverbindung okay dann gucken wir doch mal ja wie soll sich die stadt jeder von erholen beim besten gar nicht oh ja so ich will hoffentlich habe jetzt nichts verpasst hier noch mal ein bisschen gesundheit hier bekommen schade ja dann wenn wir da lang gehen sollen dann erst mal hier lang und haben wir geil hier ist so gar nix hat sich voll gelohnt oh man so hier ist aber noch was schrotflinte dann gibt es waffen das heißt hier wartet vermutlich ein Kampf auf einem Friedhof gegen zombies war 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 ich kann mit denen Köpfe aufplatzen und so ein Kram hier. Medizinkids ja brauche ich nicht. Die habe ich erledigt, ohne dass sie überhaupt gemerkt haben, was passiert. Der hatte natürlich nichts mehr bei sich. Ah. So. Okay, das hätten wir soweit. Aber Lady... Ach, da ist das Grab von Lady Comstock. Ha. Wie komme ich da rein? Entweder durch einen Geheimgang oder das öffnet sich. Oder? Warte mal. Ne. Schade. Hätte ja sein können, dass ich mir das mit Sook ranholen kann. Da. Ja, schon klar. So, und... Ich möchte mal wieder die Raben haben. Boah, voll der geile Reim. Raben haben. Alter Schwede, wie viel es hier gibt, ne? Heilige Scheiße, ey. Nicht schlecht. So, hier in die Mitte will ich noch kurz rein. Oh. Boah. Okay, oder auch nicht. Mehr gibt's hier offenbar nicht. Die Farbe hat sich hier gerade verändert. Was ist hier? Bett? Ach, egal. Ach, egal. Ja, das dauert noch ein Augenblick, bis ich beim Comstock-Haus bin. Denn es gibt da noch ein paar Möglichkeiten. Also, noch mindestens drei andere Gänge, die ich noch erforschen will, natürlich. Oh, er muss den Laden. Ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Mhm. Was ist damit? Irgendwas ist damit. Vielleicht der nächste Ziel. Lust ein Schloss aufzuknacken? Ach, das wird nicht lange dauern. So. Da kann ich nicht rein. Schade. Okay, jo. Ich glaube, weil hier bin ich fertig. Okay, what the fuck. Ach, was. Ach, jetzt bin ich quasi hier an einen anderen Weg gegangen. Ja, dann muss ich gleich nochmal umdrehen. Anders Wunderkind. Hallo. Es tut mir leid, dass deine Mutter Lady Comstock tot ist. Ich glaube, sie war viel besser als meine. Dadurch hier wohnst, kannst du mir sagen, wieso der Turm geschlossen wurde? Erst hieß es wegen schlechtem Wetter, dann wegen der Pocken. Dampf, weil es da spukt. Wenn es ein Geheimnis ist, verspreche ich, dass ich es niemandem verrate. Deine Brieffreundin Constance. Tja, hier haben sich alle gegenseitig umgenietet und ich fündere sie. So, was haben wir hier? Gucken wir mal, was hier oben ist. Gar nichts. Wow. Ich bin beeindruckt. Mehr oder weniger. Hier vorne ist noch ein Laden. Irgendwo. Da. Oh, sogar drei. So, Magazin, Schaden, bla, bla, bla. Davon brauche ich derzeit nichts. Crenfalle, Hilfe. Soghilfe, Schockdauer. Sogboost. Crenboost. Sogboost.